Frohe Weihnachten und die Jackys haben wieder ein Paket von der Carla bekommen und das wollen wir jetzt auspacken und los, auspacken, auspacken, Freilichin, auspacken. Wollen wir mal gucken? Wollen wir mal gucken? Oh, ich finde das so viel Spaß, ne? Ja, da sind wir schon weiterhin, aber ganz vorsichtig, ne? Eigentlich nach dem anderen, das ist auch noch klappend. Ich habe die Kiste. Wollen wir mal gucken? Und dann bitte die Karte von Carla nicht wieder kleben. Das ist bestimmt eine Karte von Carla. Guck mal, guck mal hier, ist das denn so süß? Was ist das denn so süß? Oh, da ist ja was kaltes drin. Oh nein, das ist ja süß. Das ist ein Deckelkopf. Das ist ein Wassernach. Unterwegs. Das können wir super gebrauchen. Für die Aufstellung. Wo seid ihr denn? Wo seid ihr denn? Was ist das denn hier? Oh, hier ist was drin. Hier ist ja was drin. Er muss da irgendwas ganz unten sein. Ich weiß nicht, das ist ganz spannend. Ne, Tobi? Warte mal, was ist das? Oh, da ist das ganz toll, das ganze Runde. Warte, 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 warte. So arbeitet du mal? Oh, da sind wir tolle. Oh, wieder tolle neue Spielsachen. Wieder neue tolle Spielsachen. Wie sind meine? Sehr cool. Guck mal, hier lang. Das haben wir schon gemacht. Das sind wir schon zweiter Boden. Das haben wir noch richtig gemacht. Das habt ihr richtig gut gemacht. Ihr kennt euch schon, ne? Ihr kennt euch schon. So. Oh, guck mal. Meier, meier, das macht schon alles. Also jetzt kannst du den Schritt schon aufmachen. Warte, Leute. Ich weiß, es sind die Weihnachtskekse, die lecker sind. Ja, die warten. Warte, bitte mal. Warte, bitte mal. Oh, da ist schon ein halbes Loch drin. So, guck mal. Warte, warte, warte. Warte, warte. Habt ihr die Schachtkohle? Du bist ja krank. Du wartest hier krank. Also mit den Zähnen kann sie nichts haben. Ich muss mich mal hier setzen, damit wir es überhaupt noch drauf hast, diese kleinen Beier. Oh, 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 die sind ja nicht unverschämt. Freier, Freier, ihr seid unverschämt. Hallo, ihr seid unverschämt. Ihr seid unverschämt. Oh, jetzt bist du nicht fein. Das ist unverschämt. Warte. Hier gibt es. Ein Stiefel. Gut. Auch ein Stiefel. Nur auch ein Stiefel. Hm. Guck mal, hier gibt es noch ein Herz. Guck mal, das ist von Carla. Das ist von Carla. Hm? Von Carla ist das. Das ist ja ein Herz. Sonst werden wir zu dick. Einig noch. Bei den beiden. Eigentlich niemanden haben wir. Oh, oh. So eine Rote, ne? So eine Rote, hat sie ja ein Rote bekommen. Das ist super. Gut. Okay. Ah, da haben wir aber die ganzen Festtage über noch was. Die ganzen Festtage. Ganz bestimmt. Hm? Okay. Ah, guck mal. Wir haben eine kleine Jacket-Tasche. Da können wir ja mal üben, dass du die durch die Gegentricks morst. Hm? Das ist ja lustig. Warte. Warte. Ja, wir gucken da auch noch mal rein. Ist da auch noch was? Was meinst du? Ich glaube, ich brauche auch so eine Schere. Ich hole mal. Ich hole mal ein Messer. Wir sind wieder schlecht vorbereitet. Ich darf uns rein. Kannst du gleich weiter machen? Das ist schön, dass du da. Ja. So. Menschenweihnacht. Menschenweihnacht ist nichts für die Jackets zu passen. Oh, guck mal. Warte. Warte. Vorsichtig ist ein Messer. Nur vorsichtig. Oh. Was haben wir denn da tun? Das ist ein Messer. Oh. Das war ein Messer. Oh, ist das süß. Oh, da kann man ja feine Hundenwurst draufschneiden. Oh, da kann man feine Hundenwurst draufschneiden. Das ist ja so. Ei, wie fein. Hm. Herzliche Grüße aus Darmstadt. So nie. Hey, hallo. Oh nein. Da steht Menschenweihnacht drauf. Nee, 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 nee. Das ist für mich. Und für Pa. Aber nicht für euch. Warten, ihr kriegt gleich was. Immer mit den Nasen dabei, ne? Vorsichtig. Freya, vorsichtig. Das ist für Mama. Das ist gar nicht für euch. Hier steht Menschenweihnacht drauf. Ja. Oh, siehst du, da ist die tolle Karte. Und die lasst ihr nur auf. Das ist meine tolle Karte. Freya, du bist unglücklich. Komm mal her. Wo sind eure Wälder? Guck mal, das ist eure Schatzkiste. Das ist meine. Okay? Nun. Du verstehst die Welt nicht mehr, ne? Hm? Verstehst du die Welt nicht mehr? Komm mal hier rüber. Guck mal. Guck mal. Guck mal her. Guck mal. Wie süß. Frohe Weihnachten von Carla. Ach, ist das süß. Vielen, vielen Dank. Ganz süß. Habe ich heute schon gesehen. Ein bisschen das Bild. Oh, so tolle Sachen. Das ist alles für uns. Ganz sicher. Nimm, nimm, nimm. Das ist für uns. Das ist für uns. Wir gucken mal in Olle. Vielen, vielen lieben Tag. Wir gucken das nachher nochmal ohne Runde. Danke. So weit.